Eilmeldung aus Hildesheim in Niedersachsen. Ein Lehrer wurde mutmaßlich mit einem Messer, angeblich von einem Schüler, bedroht. Wir gucken uns die aktuelle Lage ganz genau an. Der Verdächtige wird nämlich aktuell, wo ich das Video aufnehme, immer noch gesucht. Und ich hoffe, sobald das Video online ist, dass er bereits geschnappt wurde. Und damit meinst du zusammen, ich bin Olli. Und wir sehen jetzt hier die Nachricht, Lehrer mutmaßlich mit Messer bedroht. Gesucht, wie es hier heißt. Also wirklich eine unfassbare Situation. Und zwei Eltern offensichtlich, oder zumindest ein Elternteil, hat mir auch geschrieben. Kind musste raus aus der Schule, alles drum und dran. Schule wurde geräumt. Also das mag man sich nicht vorstellen. Und ich hoffe, dass es dabei bleiben wird, bei der aktuellen Lage, die wir jetzt hier haben. Sprich, dass wir keine Verletzten haben oder ähnliches. Dass man hier von solch einer Gefahrenlage wieder mal ausgehen muss, ist wirklich unfassbar. Aber das Übliche mittlerweile, das Übliche, was wir kennen in Deutschland. Und so heißt es nämlich hier. Am Vormittag rückt die Polizei mit mehreren Wagen zu einer Schule aus und räumt das Gebäude komplett. Drinnen soll ein Lehrer bedroht worden sein. Jetzt wird nach dem Jugendlichen gesucht. Also wenn ihr da auf der Schule seid, irgendwelche Hinweise geben könnt, aber sowieso schon in Kontakt mit der Polizei seid, aber jetzt hier als Zuschauer irgendwas mitbekommen habt, was Verdächtiges, wendet euch an die zuständigen Polizei dienststellen. Nach einer möglichen Bedrohungssituation an einer Schule im niedersächsischen Landkreis Hildesheim wird nach einem jugendlichen Tatverdächtigen gesucht, heißt es. Er soll einen Lehrer mit einem Messer bedroht haben und dann geflohen sein, wie die Polizei mitteilte. Und das Interessante daran ist ja, es gibt ja Statistiken darüber, wie viele Schüler mittlerweile in Deutschland auch eine Waffe mittragen in der Schule. Und das ist schon beängstigend für, böse gesagt, die paar Euro, die man als Lehrer monatlich verdient, sorry, ist das halt ein schlechtes Schmerzensgeld, auch für die Unterrichtsart und Weise, die man mittlerweile hat. Und wenn man sich das überlegt, dass wir solche Gefahrenmeldungen dann aufs Handy bekommen als Elternteil, also wer Eltern ist, wird das wissen, das gibt es ja dann auch, dass hier, Achtung, Gefahrenlage und so weiter, kommen Sie jetzt hier, Standort sowieso, können Sie Ihr Kind betreuen. Abholen, alles drum und dran und sowas. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Warum sind wir mittlerweile in einer solchen Lage angekommen? Und ich sage das immer wieder, wir sehen ja mittlerweile, haben wir teilweise schon Schulen, in Hamburg beispielsweise und anderen Städten in Deutschland, wo es so ist, dass private Security-Unternehmen notwendig sind, um dort für Zucht und Ordnung zu sorgen. Und aufpassen, wenn jemand bewaffnet ist, diesen Entwaffnen oder zumindest dann irgendwie die Einsatzkräfte benachrichtigen, alles drum und dran. Das kannst du dir nicht mehr vorstellen. Ich mag gerne daran erinnern, ich meine, es war auch Hamburg Anfang diesen Jahres, ich bin dir nicht ganz sicher von der Zeit her, es war eine Massenschlägerer mit über 60 Personen in der Schule. Und die Lehrerin, weiß ich noch, die Rektorin, die auch verletzt war, irgendwas, Kiefer oder was hatte sie abbekommen, also kannst du dir alles nicht mehr vorstellen. Das sind doch keine Zustände mehr. Natürlich hat man sich auch in den 80er, 90er Jahren und Nullerjahren auf dem Schulhof geprügelt, ja klar. Aber wenn jemand am Boden lag, dann war es vorbei, dann hat man nicht noch draufgetreten, dann hat man sich die Hand gegeben oder ist einfach so auf den Absatz umgedreht und gegangen. Aber was heutzutage mittlerweile passiert, dass natürlich hier auch so eine Gewaltbereitschaft besteht, dass in Schulen, und das wollte ich ja gerade auch noch sagen, dass die Statistiken nämlich belegen, dass die Kommunalität an Schulen massiv nach oben gestiegen ist über die letzten Jahre und dass, wie viel war es, über 20 oder 30 Prozent der Schüler mittlerweile ein Messer mit sich führen, wenn sie in die Schule gehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Was das für ein Potenzial ist, offenbar bei den gewissen Kandidaten. Ich will nicht sagen, dass jeder, der ein Messer mit hat, damit was macht, keine Frage, natürlich nicht. Dafür sind es zu wenig Fälle. Aber eine gewisse Klientel, die eben keine Messer mithaben sollte, warum haben die denn ein Messer mit? Richtig, weil sie es auch benutzen wollen. Und das kann nicht sein. Und ja, es herrschen ja schon Messerverbote in Schulen. Also bringen ja offensichtlich diese Verbote nichts. Es gibt auch Verbote garantiert, um für seinen Lehrer zu bedrohen. Er wird ja trotzdem gemacht. Also von daher ist diese Vorgehensweise unserer Regierung ja jetzt, jetzt speziell auch mit Messerverboten vorzugehen, absolut ad absurdum geführt. Habe ich auch ein Video darüber gemacht. Guckt euch das an. Hier geht es weiter. Es soll sich um einen Schüler handeln, der 1,75 bis 1,80 m groß wäre. Um die 15 Jahre alt soll er verdächtig sein, mit einem dunklen Oberteil bekleidet sein. Und das Ganze, ich habe noch ein paar weitere Informationen dazu rausgesucht. Das ist dann hier zum Beispiel in der Ahlfelder Zeitung veröffentlicht worden. Die haben nämlich hier eine Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz. Aber vorher gucken wir uns auch noch mal die offizielle Meldung an, beim Presseportal nämlich, für diesen Polizeieinsatz. Der ist nämlich wirklich so spärlich. Das ist absolut krass. Wenn man sich das mal überlegt, wie wenig Informationen man mittlerweile über die Fälle auch bekommt. Dann heißt es nämlich, die Polizei ist derzeit mit zahlreichen Fahrzeugen an einer Schule in der Straße am Bahnhof in Gronau im Einsatz. So, und nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 9.30 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person mutlassig mit einem Messer zu einer Bedrohung einer Lehrkraft gekommen sein. Die Umstände des Geschehens werden derzeit verifiziert. Es sind keine Personen verletzt. Das Schulgebäude ist geräumt. Also das ist wirklich das Beste und die schönste Nachricht, die ich in diesem Video zu verteilen habe. Das ist nämlich, hier keine Verletzten bislang gibt. In den sozialen Medien werden momentan Meldungen über eine angebliche Amoklage geteilt. Das trifft nicht zu. Es wird nachberichtet. Ja, da müssen wir direkt mal über die Definition und die Frage der Amokssituation diskutieren und sprechen. Wie sieht die genau aus? Wann liegt die genau vor? Wisst ihr, dass man das natürlich jetzt hier versucht, nicht auszusprechen? Ja, von mir aus ändert aber nichts daran, dass, wenn es sich bewahrheitet, jemand mit einem Messer einen Lehrer bedroht hat. Und dass es zu weit geht, worüber braucht man sich diskutieren. Gronau selber hier in, das ist komisch. Denn einmal geht es um Hildesheim und einmal geht es um Gronau. Sind das zwei Fälle? Das ist auch wieder so undurchsichtig. Also Gronau, das kenne ich, das liegt in Nordrhein-Westfalen, hat 50.000 Einwohner. Hildesheim-Kreis, dachte ich jetzt, dass Gronau dazugehört, aber das ist ja Quatsch. Das ist Niedersachsen, die haben 102.000 Einwohner. Also, wisst ihr Leute, da denkt man sich dann auch wieder, was geht hier einfach nur ab? Es ist wirklich unfassbar. Aber das Ganze läuft wohl irgendwie. Nee, das wird ein anderes Gronau sein, würde ich sagen. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich überprüfe es noch schnell. Verzeiht, dass ich das jetzt währenddessen hier kurz mache. Doch, das ist Landkreis Hildesheim. Einwohner 10.000, okay. Da war mein geografisches Gedächtnis nicht ganz richtig. Jetzt kommen wir mal zu der Nahtragsmeldung vom Polizeieinsatz in Gronau. Genau deswegen kam ich drauf, weil die nur Gronau geschrieben haben. Und nachher heißt es nämlich Gronau Leine. So, jetzt haben wir alles geklärt. 50.000 Einwohner. Hildesheim hat, wie gesagt, der Kreis 102.000. Schulgebäude wurde zwischenzeitlich von Spezialeinsatzkräften durchsucht. Es wurde keine Person festgestellt. Am 12.30 Uhr wurden die Schüler von Lehrkräften unter Unterstützung des ASB sowie Einsatzkräften der Polizei in die Klassenräume zurückgeführt und betreut. Und ich hoffe, dass jeder einzelne Schüler hier wirklich die Betreuung bekommt, die er benötigt. Weil das macht etwas. Das macht etwas im Kopf. Davon gehe ich ganz klar aus, dass das nicht einfach so an diesen jungen Menschen vorbeigehen wird. Dass du vielleicht auch Angstzustände und Ähnliches bekommst, kann ich mir hier persönlich wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Bei solchen Lagen, dass du dir denkst, kann ich jetzt hier in der Pause noch alleine auf Toilette gehen oder Ähnliches? Oder muss ich jetzt damit rechnen, dass da einer aus der Ecke rauskommt oder sonst was? Das sind halt Gedanken, die man in diesem Lande mittlerweile hat. Ist das nicht schlimm? Deswegen, ich habe ja nicht umsonst das Video über die Situation gemacht, dass wir jetzt hier in Köln ein ganz neues Neubaugebiet bekommen, welches als gated community, also eingezäunter Bereich gelten wird. Mit Videoüberwachung, allem drum und dran. Das ist offensichtlich die Zukunft in Deutschland. Wer das Geld hat, kauft sich Sicherheit. Aber das ist schrecklich. Und so möchte ich nicht leben. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.